Hallo Bremen-Fans! Kommen wir zu den heutigen News von unserem Team. Lesen Sie, was Werner der Presse über das nächste Spiel am Samstag gegen Bochum gesagt hat. Und kommentiere schon jetzt hier unter diesem Video, was deine Einschätzung für das Spiel am Samstag ist. Am Samstag, 25. Februar 2023, um 15.30 Uhr gastiert der VfL Bochum in Bremen. Der SV Werder bietet die nächste Chance, wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln. In der Pressekonferenz vor dem Spiel beantwortete Manager Ole Werner Fragen, wie der SVW erfolgreich spielen kann, wer helfen sollte und wie viel Mutlosigkeit mit den aktuellen Ergebnissen zu tun hatte. Nachdem das Medien-Event mit der guten Nachricht eröffnen konnte, dass auch das Wohn-Invest-Weserstadion am Spieltag zur Aufnahme ausverkauft sein würde, musste Werner die Stimmung aufhellen. Mitchell Weiser, der am Donnerstag mit einem individuellen Programm zurückkehrte, wird am Samstag nicht im Team sein. Für ein Spiel gegen Bochum wird Mitchell nicht reichen, kündigte der Coach an. Gleiches gilt für Felix Argo, Manuel Mbom und die Kenny Salifou. Auch Niklas Stark hat die gelbe Karte nicht gesehen, rundete die Situation vor der 22. Runde ab. Und bevor wir fortfahren, wenn Sie die wichtigsten Nachrichten aus Bremen nicht verpassen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal, denn wir bringen Ihnen hier die wichtigsten Nachrichten. Auch zu einem positiven Personal-Update dürfte sich der Cheftrainer äußern. Denn am Donnerstag gab der SVW die Verlängerung mit Anthony Jung bekannt. Der Defensivspieler wird weiterhin auf Grün-Weiß spielen. Toni ist bei uns eine sehr verlässliche Figur, die fast immer ein konstantes Niveau fordert und uns körperlich präsent ist, was uns gerade als Promoter sehr gut tut, freut sich sein Coach über die Fortsetzung der Zusammenarbeit. Außerdem hat er bereits gezeigt, dass er unserem Offensivspiel etwas hinzufügen kann und ein wichtiger Faktor in der Kabine ist. Das war's für heutige Fans. Sagen Sie uns in den Kommentaren, was Ihre Prognose für das Spiel am Samstag ist. Bis bald!